diesen geisteskranken spieler so geisteskrank hat es geschafft und auf wenigen metern lichtschwerter zu entkommen einfach über den so eine stufe gebaut und immer weiter er zweckern und er hat gebaut seine werte hauen er hat es gebaut ich gucke eigentlich nur zu wegen dem weil ich sehe wie brutal der schießt wie brutal der baut geisteskrank schild alles mögliche in dem demet schilder 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 Psychopath Psychopath Psycho Nicht mehr normal, oder? Der Name Bonsai Unnormal 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 Und der war mit mir im Team Ich guck jetzt nur noch wegen dem zu Unnormal Unnormal Ich guck jetzt nur noch wegen dem zu Schade, schade Sieht aus, als wäre es bald vorbei Der hat nur noch zwei Der hat nur noch zwei Dingens Minis Das ist spannend Das ist spannend Psychopath Komm Komm Bruder Komm Bruder Es ist noch nicht an der Zeit zu sterben Ja Ja So ist gut High ground High ground High ground Du hast ein kranker laut Du hast ein kranker laut Alter Unnormal Nur noch Okay Ja und der gestern Schade Fast wäre es vorbei gewesen Der spielt mit ihm 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 Ich habe ihn epischen, obwohl ich seit 5 Minuten zuschaue Der ist nicht mehr normal Der ist nicht mehr normal Komm mal Der unten hat schon Angst Der hat schon Angst Der hat Angst unten Ich schwöre der hat Angst Unnormaler Scheiß Unnormaler Scheiß Unnormaler Scheiß Ach du Scheiße Ach du Oh mein Gott Ach du Scheiße Junge 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 Was ein süßes gestörter Kerl Ach du Scheiße Boah Ich liebe dich Ich schwöre dir Ich liebe dich Boah Digga Warte ich will mit dir befreundet sein Wie geht das? Wie geht das? Kann ich den melden erstmal? Dass ich mit ihm befreundet sein Nein? Scheiße